So wie im Fernseher viele, viele, viele Programme zur Auswahl stehen und je nachdem welches Programm du auswählst, ein bestimmter Spielfilm, eine bestimmte Doku, bestimmte Nachrichtensendung, bestimmte Sportsendungen hervorkommen, so haben auch wir verschiedene Programme in uns laufen. Je nachdem in welche Situation du dich begibst, je nachdem wird ein bestimmtes Programm getriggert, getriggert heißt ja angestoßen und es erzeugt dann bestimmte Mechanismen in dir, sodass du dann bestimmte Gedanken hast, bestimmte Gefühle und bestimmte Handlungen ausführst. Meistens sind diese Programme in der Kindheit entstanden, vielleicht sind sie sogar schon in anderen Leben entstanden oder sie entstehen in traumatischen und heftigen Situationen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Mensch von einem Hund gebissen wird, so wie das bei mir der Fall war, da war ich zwölf glaube ich und da kam ein Hund rausgelaufen aus dem Auto, nachdem die Frau die Tür aufgemacht hatte, springt mich an und beißt in mein Knie. Glücklicherweise war er klein, der Hund war alt, hatte nicht viel Kraft, ich hatte nur ein bisschen einen Abdruck und natürlich einen riesen, riesen, riesen Schrecken. Seitdem lief das Programm, ich habe Angst vor Hunden und in den ersten Jahren habe ich die Straßenseiten gewechselt, wenn ich schon von weitem einen Hund habe kommen sehen, mein Herz fing an zu schlagen, die Angst trat hervor, wenn ich Hunde sah. Und über die Jahre, viele Jahrzehnte muss ich sagen, habe ich erst nach und nach diese Angst, in die ich mich auch hier gestellt habe, überwunden und jetzt muss ich nicht mehr das Angstprogramm abspielen, wenn mir ein Hund über den Weg läuft oder nicht mehr so oft. Ich habe jetzt sogar hier wieder eine Erfahrung mit einem Hund gehabt, hier in Bulgarien laufen sehr viele Hunde frei rum und es war eine große Kunst, sich daran zu gewöhnen und ich bin neulich dann spazieren gegangen und ich habe was mit einem Kopfhörer, eine MP3 Sendung mir angehört, die mich interessiert und habe nicht mitbekommen, was außen herum um mich geschieht. Ich habe nur gesehen, dass bei einem Gartentor, was normalerweise immer zu war, wo ein schönes Haus sich dahinter verbargte, das war diesmal offen, da war auch ein Mann da, der ging dann aber in den Hof hinein und plötzlich merke ich, ich bin einfach da vorbeigegangen und plötzlich merke ich, dass rechts unten an meinem Bein, an meinem Fußknöchel, da ist etwas, da ist wie eine Art Druck und dann drehe ich mich um und dann ist da tatsächlich aus diesem Haus, aus diesem freien Gartentor ein Hund rausgelaufen und dieser Hund hat mich geschnappt an meinem Fußknöchel, er hat Gott sei Dank nicht zugebissen, entweder weil ich vielleicht gerade mit dem Fuß nach vorne gegangen bin, also ich hatte keine Schmerzen, keinen Biss, kein gar nichts, er hat mich scheinbar nur verwarnt, er hat aber auch nicht gebellt, ich habe auch das nicht gehört, gut, ich hätte mich eh schwer getan, ich habe ja Kopfhörer aufgehabt, aber bellen hört man ja normalerweise, ich denke, der ist einfach nur rausgelaufen, hat mich verwarmt und hat nach mir geschnappt. Ich habe es gesehen, habe in dem Moment nur Hey geschrien, dann ist der Hund weggelaufen, 5 Meter, dann stand er da hinten, hat mich nur angeschaut und ich muss sagen, wäre das passiert in einer Zeit, wo ich dieses starke Angstprogramm mit Hunden noch am Laufen hatte, dann wäre das jetzt ein absolut traumatisches Erlebnis gewesen, was wieder dazu geführt hätte, dass ich mit Sicherheit, wenn ich schon in einem Abstand von einem Kilometer einen Hund sehe, ganze Straßenzüge wechsle, nur damit ich ihm nicht begegne. Weil ich aber aus diesem Angstprogramm in den vielen Jahren schon rausgekommen bin und weil auch diese Situation A gut ausgegangen ist, B, ich sie überhaupt nicht kommen habe sehen, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit und weil ich einfach meine Angst mit Hunden schon ein Stück weit überwunden habe, war das Erlebnis jetzt für mich okay und ich habe es sehr schnell verarbeitet. Und gut, ich weiß, dass ich aufpassen muss, wenn, also die Hunde, die hier frei rumlaufen, die sind jetzt keine so große Gefahr, denke ich, aber die, die in einem Haus sind, die ein Haus bewachen und wenn da ein Türchen offen ist, also da ist eher eine Gefahr, wenn dann jemand vorüber geht. Das habe ich gelernt auf alle Fälle. Naja, das ist nur ein Beispiel, damit du siehst, wie programmiert wir sind und je nachdem, was dir begegnet, was du siehst, welche Menschen du triffst, an was die dich erinnern, so werden die unterschiedlichen Programme in dir ausgelöst. Und von dem Aspekt her ist der Mensch nicht wirklich frei, weil wenn automatisch eine Schallplatte eingelegt wird, nur aufgrund von früheren Erfahrungen und so weiter und du hier nicht bewusst und aktiv etwas anderes tust oder dir dessen bewusst bist, damit du diese Schallplatte aufhalten kannst, dann wirst du immer wieder die gleichen Themen in dein Leben ziehen. Und deswegen ist es so, so wichtig, sich mit den eigenen Programmierungen auseinanderzusetzen und deswegen sind sie natürlich ein Bestandteil in der Selbstverwirklichungsakademie, die am 13. Januar 2017 an den Start geht. Außerdem ist es so, dass ungefähr 10 Hauptglaubenssätze die Menschen davon abhalten, sich selbst zu verwirklichen. Das sind ihre Hauptblockaden und wenn du herausfinden willst, ob diese Blockaden auch auf dich zutreffen und vor allen Dingen wie viele und welche, dann klick einfach unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den entsprechenden Link und fordere dazu den Gratis-Report an. Bitte abonniere auch den Selbsterkenntniskanal, um auf dem Laufenden zu bleiben und um zu erfahren, was alles noch Bestandteil der Selbstverwirklichungsakademie sein wird. Einen schönen Sonntag noch, alles Liebe und bis morgen. Ciao, ciao!